Im heutigen Stumblegeist-Video haben drei Abonnenten die Chance, jeweils 5 Euro zu gewinnen gegen mich in Stumblegeist. Wir haben drei Runden gespielt und ihr werdet nicht glauben, wer diese drei Runden gewonnen hat, Leute. Bleibt bis zum Ende dran, das war ultra spannend. Let's go. Mögt ihr die Map? Ne, geht's. Mhm, das dachte ich mir schon. Manchmal gewinne ich, manchmal nicht, weil die Gegner werden auch immer schlimmer in Stumblegeist. Mhm, das stimmt, das stimmt. Uh, was haben wir für Skins gerade? Stumblebot hat einer, ne? Äh, ich schnapp gerade den Wizard, also dieser blaue Zommerer. Okay, und hier und Big Mac, was hast du? Ich hab diesen Clown, so, was nicht klar wieder heißt. Der Clown. Okay, okay, alles gut. Ja, easy peasy. Und? Und ich bin im Ziel. Ich glaub, alle sind durch, okay, lief schon mal gut, lief schon mal gut. Ja, bin durch. Ich bin erst drin. Okay. Sind alle weitergekommen in der ersten Runde? Ja, ich war's. Okay, perfekt, perfekt. Jeder ist weiter. Was ist eure absolute Lieblingsmap? Lavalent. Boah, ich weiß nicht, Blockdash. Blockdash. Lasertracer und Blockdash. Oha, jeder hat verschiedene. Meine ist Lasertracer auch, ja. Okay, okay. Blockdash zum Beispiel. Katastrophe, da bin ich nicht so gut drin. Aber? Uh! Oh, Botbash. Ah, okay. Botbash, die neue Map. Mal gucken, ob... Das ist das zweite Mal, dass ich diese Map habe. Das zweite Mal, okay. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaub, seit dem Update gibt's die Map auch öfter irgendwie. Mhm, hab ich. Hab ich auch das Gefühl. Jetzt gucken wir mal. Spielt ihr alle auf dem Handy oder auf was spielt ihr? Ich spiel auf PC. Also, jetzt bin ich gerade auf dem On-Band durchgefallen. Ja, hab's nicht geschafft. Uh, okay. Und du, Lotte? Ich spiel da jetzt gerade auf dem Handy. Ich spiel noch drin. Ich meine, auf was du spielst? Äh. Äh, ich spiel auf Handy. Oh nein, ich bin raus! Ich hab' den noch drin. Wer ist noch drin? Ich. Ich. Lotte und Lotte sind im Finale, Leute. Mal gucken, wer das jetzt holt. Lotte gegen Collie hier. Das erste Grand Final. Ich wünsche euch beide Glück auf jeden Fall. Bitte mein Final-Band. Oh nein! Das ist nicht so einfach. Mal gucken. Ich bin schreck gespawnt. Okay, jetzt gucken wir mal hier. Lotte ist Stumble-Bot und Collie ist der Zauberer. Oh, die sind hintereinander. Oh mein Gott! Collie runtergefallen. Lotte ist noch gut dabei. Aber Collie hat noch eine Chance. Wenn Lotte jetzt vielleicht einen Fehler macht. Aber Lotte konzentriert sich hier. Die Batterien sind aufgefüllt von dem Skin. Oh! Und tatsächlich ist... Ist aber nicht so schlimm, denn du wärst trotzdem weitergekommen, Lotte, als Erster im Ziel. Ist nicht schlimm. Das heißt, Leute, Lotte hat die erste Runde gewonnen. Richtig, richtig krass. Glückwunsch, Lotte. Wir schreiben uns das mal hier auf. Gut gespielt. Gut gespielt, Lotte. Richtig. GG. Dann würde ich sagen, Leute, ihr werdet nachher erfahren, was die Gewinner von mir kriegen. Dann würde ich sagen, wir gehen rein in die zweite Runde. Let's go. Zweite Runde hier. Das ist easy. Hier kommt, glaube ich, jeder weiter. Hört man mich? Lass mal die Bots vor. Ja. Ich höre. Wir hören dich. Komm, ich gehe mal hier ein bisschen vor. Uh. Mal gucken. Ich glaube, ich bin hier schräg. Ups. Oh Gott, ich bin wieder runtergefallen. Das gibt's doch nicht. Kann man hier lang? Ne. Oh Mann, mein Mikroraum. Da lang geht's nicht. Okay, wir sind gleich am Ziel. Ja, okay, wir sind im Ziel. Let's go. Nein. Nein. Uuuh. Ich wurde einfach so richtig runtergebrochen. Ich wurde von irgendjemandem geboxt. Ich auch, glaube ich. War wahrscheinlich irgendeiner in der Lobby. Das hat ja klauen. Okay. Ne, das weiß ich nicht. Ich habe nur den Kick-Emote am Ende gemacht. Wo ich ins Ziel reinkicken wollte. Ich mache den Kick-Emote nur, wenn ich halt... Alles gut. Ist jeder von euch weitergekommen jetzt, oder? Ja, ich auch. Puh, okay. Also wie gesagt, wirklich nur Kick-Emote machen, wenn man gar nicht mehr ins Ziel kommt. Aber sonst kein Boxen oder sonst was. Aber ich glaube, das war ja keiner von uns. Können wir die Bots kicken, oder? Ja, ich muss mal nächste Runde die nicht reinmachen. Aber geht das ohne Bots? Also ohne Mod? Ich weiß nicht. Ich denke aber nicht. Ich glaube auch nicht. Ich habe das schon versucht. Oh, Space Rays. Oh nein. Da verliere ich oft. Egal. Ich versuch's. Okay, Space Rays. Wir gucken mal. Wer sich jetzt hier den Sieg holt. Nice. Seit wann spielt ihr Stumbleguys ungefähr schon? Also ich spiele schon... Also seit die erste Season war. Oha. Also nicht... Also die letzte Season. Also ich habe angefangen... Erstmal auf dem Handy. Ich weiß nicht genau wann, aber... Es war relativ früh, glaube ich. Okay. Und Big Mac? Ich habe Anfang Mai oder Anfang Juni bekommen. Dieses Jahr. Oha. Auch schon relativ früh. Ist ja erst seit diesem Jahr so richtig im Hype des Spiel. Ja. Ja, ist schon seit 2021 eigentlich rausgekommen. Stimmt. Es gibt es schon seit über einem Jahr. Und... Wir sind auf jeden Fall weiter. Ich glaube auch, dass jeder weiterkommt. Big Mac ist durch. Echt? Ja. Lotte. Und... Aber ich glaube, der... Gute Colli schafft es hier mit seinem Zauberer. Oh, mal gucken. Aber ich glaube schon. Oh nein. Es war da. Ja, aber es hast du. Okay, das wollte ich noch schauen. Es hast du. Okay, dann haben wir jetzt eine Runde, wo jeder im Finale ist. Diesmal werde ich gewinnen. Diesmal mache ich euch kaputt. Jetzt gucken wir mal hier. Wenn Lavaland kommt, dann nicht. Oha. Okay, okay. Dann gucken wir mal. Hoffentlich kommt Lavaland, Leute. Das wäre krass. Oh, Botbash. Aua. Nee. Botbash, Leute. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich diesen abbekomme. Zwei Mal in dreieinander, ne? Und jetzt das dritte insgesamt. Okay. Aufpassen, keine Emotes einsetzen, Leute. Ganz wichtig. Auch nicht bei den Bots. Ähm. Ja, ich würde mal sagen, bei den Bots können wir schon, weil die können wir eigentlich rauskicken. Komm. Also die Bots könnt ihr Emotes einsetzen. Ich glaube, ihr wisst ja, ich bin Jack Lantern. Der Zauberer ist Colin. Lotte. Ich bin Max mit dir. Stumble Bot. Und Big Mac ist der Clown. Also, wir wissen, wer wer ist. Oh mein Gott, ich muss jetzt gewinnen hier. Das ist sehr schwer hier. Mhm, mhm. Boah. Ey, das gibt's nicht! Nein! Scheiße. Wer ist jetzt noch drin? Big Mac und Lotte wieder. Big Mac gegen Lotte. Mal gucken, wer jetzt hier gewinnt. Oh, Lotte! Und Big Mac wurden beide gleichzeitig erwischt. Okay. Ich mag die Map nicht. Ich bin grad so schlecht, ja. Ich auch. Ich auch. Beide am konzentrieren hier. Ohne Emotes. Das wird schwer. Es kommen immer mehr Rote. Roboter Lotte leicht erwischt. Und... Da! Ja. Ja, das ist wahr, aber am Ende auch richtig. Ja. GG trotzdem, Mann. GG. Das war echt knapp. Das war richtig knapp. Diesmal geht der Win an Big Mac, Leute. Jetzt kommt die letzte und dritte Runde. Pivot Push. Mit der kann ich noch leben. Mich regt das ein bisschen auf, dass alle immer rechts gehen. Ja, ne? Aber jetzt geht's eigentlich, weil die Bots sind weg. Ja. Jeder geht immer rechts, ne? Das ist so komisch. Ja, das haben sich ja alle so angewöhnt. Ja. Ich muss euch grad unterdrücken, zu kicken, ne? Weil... Wenn das jetzt... Wenn es jetzt mein Freund wäre, ich hätte den schon dreimal weggekickt. Ja, das glaub ich. Okay, alle vier sind hier vorne. Mal gucken, wer jetzt erst ins Ziel kommt. Oh! Und der Clown hier, Big Mac, ist zuerst drin. Stark, Leute. Ey, diesmal... Sie hat reingeschafft. Diesmal muss ich hier rasieren, das kann ja nicht sein. Ich hatte so, so blöd gespielt. Aber mal gucken gleich, wir gehen rein in die nächste Runde, Leute. Oh, mein Gott, okay. Oh, Stumble Stalker. Nein, bitte sind wir alle in einem Team. Ich glaub nicht, ich glaub ja weniger. Wer ist mit wem? Aber ich bin mit Level im Team. Ich bin bei Lotte. Ich bin mit Level im Team. Ich bin bei Orange. Oh, nein. Okay. Ich und Big Mac, ich und Big Mac sind bei Blau. Ich bin im Tor. Ich bin Orange. Und Lotte und Colli sind hier bei Orange. Was? 2-0 für Gelb? Ja. Ey. Ja. Fast 3-0 für Gelb. Junge, wollt ihr mich verarschen? Was ist das hier? Was ist das? Komm schon. Nein, ich mach das nicht. Ich bin das nicht. Ich kann das eigentlich nicht. Ich auch nicht. Aber ich steh einfach mal die ganze Zeit im Tor. Ey, Big Mac, wir müssen uns anstrengen, ne? Das wird sonst nix. Versuch's. Okay, das werde ich gleich noch. Ja! Komm! Jawohl! 2-0! 1-2! 1-2! Schnell, bei uns muss einer ins Tor! Weg mit den Bellen. Boah. Junge, Junge, das ist echt Assi teilweise hier. Oh mein Gott, stark! Stark, Big Mac! Nein, bitte, nein! Oh mein Gott. Lotte ist hier der Torhüter, wie ich hier gerade die ganze Zeit sehe, ne? Ja. Ja. Ja, noch einen Tor, das müssen wir nicht schaffen. Ja, einen Tor noch, bitte, bitte, bitte. Oha, Massenschlägerei. Schnell, schnell! Ich seh's, Gott. Ah! 15 Sekunden noch. Wir müssen das schaffen. Ach, 8, 7, 6. Sieht ja schlecht aus, ja. Ja! Ja! Zell, komm! Nein! 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 Gott, denn Gigi ist... Gigi, okay. Gigi, jetzt haben wir... Das war richtig stark gemacht. Ich glaube, das war gut, dass Lotte ins Tor ist und hier, äh, Colli hier draußen gespielt hat. Okay, Finale. Lotte gegen... Blockdash. Lotte gegen Colli. Mal gucken, Maggie Wind. Blockdash hier, mal gucken. Okay. Ich kann die Map relativ. Lotte, was sagst du zu der Map? Eher gut, schlecht? Eigentlich schlecht. War mal meine Lieblings-Map sogar. Okay. Meine auch. Am Anfang war es noch nicht so... Lava-Land oder so gehabt. Und dann kam Lava-Land. Ja. Okay, jetzt bin ich mal gespannt hier. Habt ihr Tricks? Habt ihr Tricks? Das geht. Ich kenne einen Trick, wie man... Ich kenne einen, aber ich kann ihn nicht so wirklich. Es ist nur manchmal ganz normal. Also ich kenne zwei Tricks, aber den einen Trick kann ich nicht und den anderen auch nicht. Mhm. Okay, dann gucken wir mal, ob einer von euch irgendeinen Trick einsetzen kann. Oh mein Gott, ich habe mich gerade in den Block reingepackt. Ich habe es gesehen. Oh, eins gegen eins. Eins gegen eins jetzt. Das wird jetzt anders knapp. Die zwei, das sind die letzten. Also ich habe einen Trick, weil ich riskiere halt nicht so... Ich gehe halt nicht so gerne an den Rand wegen dem... Mhm. ...dings Laser. Okay, jetzt wird es eng. Jetzt kommen gleich die schwierigeren Blöcke. Oh, jetzt geht es los. Jetzt mal gucken hier. Oh, Lotte versucht einen Trick. Nein. Und? Ich glaube, der Gewinner ist ja Koli. Jetzt steht es eins zu eins und eins. Oh, das war richtig knapp, ey. Ey, das ist heftig. Jeder von euch hat einmal gewonnen jetzt, ne? Eine Unreaktion. Was ist der Code? Okay, jetzt gebe ich euch... Ich glaube, hier wird jemand anderes noch gejoint, weil da stand irgendwas mit Koli oder so. Okay. Ja, alles gut. Okay, wir machen es jetzt so, Leute. Entweder jeder von euch kriegt fünf Euro von mir oder wir machen ein Stechen, ja? Und ihr drei spielt nochmal in der Lobby. Ich spiele natürlich mit. Und wenn einer von euch gewinnen sollte, dann kriegt einer 15 Euro. Bei was seid ihr eher dabei? Ich würde sagen, jeder fünf Euro. Ich auch. Naja. Weil dann hat jeder was. Ich finde, weil das ist dann nicht so cool, weil... Wenn einer dann pusht, dann können sich ja alle auf Android freuen. Ich würde auch sagen, nur ich weiß nicht, was ich mit den fünf Euro dann anfangen soll. Also, ich spiele eigentlich nur auf dem Handy. Auf dem PC spiele ich halt eher weniger. Okay, okay. Da findet man bestimmt eine Lösung. Big Mac. Da mache ich es so. Jeder von euch hat einen Fünfer gewonnen, Leute. Wer hätte gedacht, dass jeder von euch einmal gewinnt. Das war es mit dem Video. Leute, wenn euch solche Challenges mit Abonnenten gefällt, mir macht es unglaublich Spaß. Und ihr habt was von. Lasst einen Like da. Ich bin raus. Bis dann. Und ciao, ciao.